Hallihallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Heute gibt es einen Ausschnitt aus meinem Herbst-Jungs-Stream mit Lukas, Nils und Munif. Lasst gerne eine Bewertung, da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist mein Spongebobbecher, das ist mein Zahnputzbecher, den ich seit 10 Jahren habe. Hello, als ob du aus dem Zahnputzbecher trinkst. Ja, weil ich ja oben gerade keinen anderen Becher habe. Ob ich jetzt nach unten gehen würde, mir ein Glas würde. Im Wind ist überall so angetrocknet, es sind Zahnpasta und alles. Hey, lecker. Ich habe als Kind immer schon gerne Zahnpasta gegessen. Ich bin dumm. Ich war gerade bei Fabian im Stream und deswegen wollte ich erst zur Verzögerung loslaufen. Scheiße. Oh, ich habe Lex, ich lade gerade Fortnite auf dem PC rum. Junge, er drückt mich einfach weg. Schaffe ich noch. Als ob, ich wurde nicht weggekickt, weil mich ein Typ geblockt hat. SciFi-Term, wie machst du das eigentlich? Ich bin halt geboren für diese Spiele. Kannst du mal einen Guide machen, wenn... Junge, er drückt mich weg. Ich bin mal freig, wenn ich ein Twitch-Streamer werde. Ja. Ja, wie man 26 Follower bekommt auf Twitch. Und ständig 5 Brot-Zuschauer. Ja, das ist blöd, Alter. Genau, mach mal einen Guide, wie man so einen tollen Zuschauer wie Commander Rude bekommt. Bitte. Weißt, was lustig ist? Commander Rude ist halt wirklich ein Autor von so einem Twitch-Guide. Hey, Fabian sieht doch aus wie Dr. Banks, oder nicht? Ja, Fabian sieht auch aus wie Dr. Banks. Kannst du mal irgendein Bild gleich einsenden? Im YouTube-Video, ja. Ja, genau. Wir machen mit Facecam und dann machst du so einen Vergleich. Mit dir, Dr. Banks. Das, was jetzt gerade kommt, kommt auf YouTube dann, Nils. Na, das weißt du schon. Oder machst du so. Das, was jetzt gerade kommt, ist von dann auf YouTube. Das ist jetzt die Runde. Machst du einen Best-Off? Alter Junge. Niv. Machst du einen Best-Off? Nein, ich mach einfach nur, äh, oh, ich bin tot, doch nicht, alles klar. Machst du den Best-Off? Kannst du bitte, äh, Fabian, kannst du das Best-Off bitte, Best-Off der ungarischen Salami nennen? Ja. Best-Off was? Best-Off ungarische Salami. Ja. Bitte nennen ihn so. Das Video meine ich. Ich hab dich extra gelassen. What? Und ich fand gerade einen Hacker angewandt. Und ich kann einen Hacker-Off. Nils. W-äh, äh, Mil-Khalter-Owners. Äh, Code Ketchup. Oh, ich hab Fabian, Mann. Was? Oh Gott, Alter. Jump. Oh. Ey, haut Fabian raus, bitte, bitte. Hau ihn raus. Er hat auch nicht mal ne Ahnung, wo ich bin, aber... Er ist nach, äh, Rechts-Frägern. Ey, ich seh's. Er ist die weiße Taube. Ja, ich bin die weiße... Ich hasse dich mal nie, weil da... Halt's, Maul. Halt's, Maul. Fabian war der letzte runtergefallen. Ja, weil die Taube mich geblockt hat. Echt die Taube? Nein, so ne andere, fette, nicht so ne weiße, sondern so ne dumme, fette Taube. Wie kann man nur so das heiße sein? Ach, ey, Junge. Fass. Ganz belastender Hase an der Stelle. Du hast ne Stay Fresh Merch on. Perfekt Fabian. Ja, hab ich. Also nur halb ist, da steht Stay, da recht kann ich lesen. Ja, echt? Das Crash ist auf dem Rücken, das Crash ist auf dem Rücken. Ach so, ja. Äh, ja Leute, neuer Stay Fresh Merch. Available bei, äh... Stayfreshmerch.com Bestesmerch.de auf jeden Fall. Können wir gerne mal vorbeischauen. Äh, ich muss mal kurz Monif suchen, das Monif. Oder ist das Monif? Ja. 1 0 8 7 bist du Monif? Ich bin 1 0 8 7 Gammelbande. 1 0 8 7 Gammelbande, ja, let's go. Nein, im Ernst? Ja, okay, dann holst du Monif, holst du den Tiger. Brrrr. 1 0 8 7 Gammelbande, ja, ich bin weiß und hab rote Handschuhe. Okay, dann bist du das. Alter, es ist richtig knapp, was ist denn los bei euch? Wann kommt denn mal ein Goldener Ring hier? Ja, bei Goldener ist bestimmt schon einer gekommen. Ihr müsst euch mal abhängen, Junge. Gelb kann nicht gewinnen. Lol, der Blau hat richtig hart reingepackt. Ja, wir haben gewonnen. Weil es auf Blau einfach raus ist. Ja, moin. Ich sage, es kommt 10 schwitzen. Ne, 16 Leute nicht, da kommt noch ein Team. Oh mein Gott, Dr. Bengts hat, Dr. Bengts, mein Vorbild, Fabian. Ja? Dr. Bengts hat wirklich einen Schülerkalender rausgekauft. Schülerkalender? Ja. Junge, den hol ich dir, Fabian. Ich glaube, den hol ich mir. Das ist eine gute Investition, muss ich echt sagen. Ja, ja. Schülerkalender von Dr. Bengts, mein Vorbild. Mein Idol. Und, äh, ja, ich hätte jetzt gesagt, ein weiter, dann wärst du weitergekommen. Aber, äh, ja, ja, weiter, genau. Nein. Rechts davon. Der ist weitergegangen. Ich geh, glaube ich, wieder mit. Ich weiß. Ja, die haben's gleich. Was? Was ist das? Guck mal, ich hab Fabian, ne Maske, äh, gedinkt. Loll, der erste, der, äh, also, er verkackt, der eine Typ, der tut mir richtig leid, der war ganz vorne und er hat den Sprung verkackt. Oh, ich boke auf WhatsApp. Oh, nee. Warte. Oh, yeah. Ich mach, ich lad, ich schick jetzt ein Bild rein. In die 2B-Gruppe. Ach, find. Alter, zweite Reihe. Von zum ersten Mal zweite Reihe. Wie findest du dieses, wie findest du dieses Corona-Maskendesign? Ich bin da schon ziemlich sick. Oh, ja. Also, mir gefällt es. Ja, mir auch. Ja, wollen wir die Maske rausbringen? Auf den Markt? Reiner. Fangen wir so ernstlich zu sein? Ja? Was? Ich kann dir, ich kann dir halt wirklich einen Merch-Shop machen, ne? Ja, ja, Scream-Elements oder so, oder so ein kostenloses Anderer. Ja, Spreadshirt oder wie das heißt. Ja, genau, Spreadshirt. Neve. Du bist erster. Wo ich block dich einfach. Nee, wenn Moniv gewinnt, dann rast du dich aus, dann spiele ich nicht. Nee, Moniv gewinnt. Wenn Moniv gewinnt, dann spiele ich. Ja, Moniv wird gewinnen. Die Krone kommt genau runter, wenn er da ist, als Maul. Alter, ist das so lächerlich. Hat er gewonnen? Ja. Ah, okay. Ich geh jetzt. Ciao. So, ihr leckeren Würstchen, das war's mit der Folge. Bewertet den Part, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.